Willi, du musst abstehen, du sollst mal mitmachen, sie kommt doch gleich. Oh Gott, ich hab total verschlafen. Wie hieß sie nochmal? Sie ja. Okay, dann mach ich mich jetzt schnell auf die Hufe. Mayflower, denkst du, ich hab noch kurz Zeit, mich fertig zu machen? Ja, bestimmt, du musst dann so 30 Minuten da sein. Okay, dann geh ich ins Bad. Okay, ich mach schon mein Zimmer fertig. Alles klar. Oh, ich hoffe, Gia wird dir neues Zimmer gefallen. Das muss Gia sein. Oh, Gia ist endlich da. Hallo. Hi, ich bin der Winnie. Hi, ich bin die Gia. Ich bin die Mayflower. Schön, entwickiert zu sein. Komm doch rein. Komm, Gia, ich zeig dir dein Zimmer. Ja, gerne. Ich bin im Wohnzimmer. Okay. Oh, das sind unsere ganzen Schlafzimmer. Ja, cool. Hier ist mein Zimmer und das ist unser Badenzimmer. Okay, das ist ja wirklich super lieb, dass du mir alles zeigst. Ja, natürlich. Und hier schläft dann Winnie und wenn wir hier weitergehen, dann kommen wir zu deinem Zimmer. Ah, wie cool. So, dann mach es dir gemütlich und pack deine Sachen aus. Ich gehe runter und wenn du irgendwas brauchst, kannst du ja einfach zu uns kommen. Ja, super. Vielen Dank, das ist ganz lieb. Ich bin auch echt müde. Ich werde mich nochmal kurz hinsetzen. Ja, mach das. Ich bin ja so froh, dass meine neuen Wissenwohner so nett sind. Hi, Los. Hi, Pia. Hallo. Und, hast du dich schon gut eingelebt? Ja, schon. Ich wollte mal sagen, was ihr heute noch so vorhabt. Also, wir wollten vielleicht noch auf unsere Weide gehen. Habt ihr eine eigene Wiese? Ja, genau. Oha, voll cool. Ja, ich hab gedacht, dann können wir uns vielleicht auch noch ein bisschen unterhalten und uns besser kennenlernen. Ja, das wäre doch toll. Komm, lass uns gehen. Okay, sehr gut. Kommt raus, Leute. Leute, ich bin so froh, diese WG hier gefunden zu haben. Ja, wir auch. Seitdem Pia ausgezogen ist, ist das Haus so leer gewesen. Und jetzt bist du endlich da. Ja, was mich am meisten freut an der WG hier, ist, dass ihr eine eigene Wiese habt. Ich hab über Weihnachten so viel und so ungesund gegessen. Da kann ich jetzt endlich mal wieder ein bisschen mehr Sport machen. Ja, ich hab mir auch vorgenommen, jetzt im neuen Jahr einfach wieder gesünder zu essen. Was ist uns das doch gemeinsam vorliegt? Das ist eine echt coole Idee. Können wir wieder reingehen? Meine Hufe sind schon ganz kalt geworden. Und außerdem hab ich schon voll Hunger. Die Reise war so anstrengend. Ja, natürlich. Wir können was zusammen kochen. Ja, gute Idee. Apropos Essen, Julia. Ich hab extra bei HelloFresh bestellt für uns. Das können wir jetzt gleich zusammen kochen. Oh ja, wie cool. Mein Glau, was ist HelloFresh nochmal? Ich kann mir da gar nichts drunter vorstellen, aber ich kenn den Namen. Also HelloFresh ist eine Firma, bei der du Gerichte bestellen kannst und dann werden die Zutaten, die du dafür brauchst, zu dir nach Hause geliefert. Und du kannst die ganz einfach kochen. Wie praktisch, dann müssen wir ja gar nicht mehr einkaufen gehen. Genau. Das Gericht für uns in Julia ist heute angekommen. Wir können es ja jetzt zusammen kochen. Oh ja, das wird bestimmt so cool. Julia, kommst du? Wir wollen anfangen zu kochen. Ja, ich komme. Oh, guck mal, hier ist schon die Anleitung. Hier vorne stehen die ganzen Zutaten drauf, die mitgeliefert wurden. Und hinten steht die Anleitung, wie wir das Gericht zubereiten können. Oh, wie praktisch. Melchlauer bestellst du eigentlich öfter bei HelloFresh? Ja, vor allem, wenn du jetzt da bist, dann werde ich da auf jeden Fall noch öfter bestellen, weil da gibt es so viele vegane Rezepte und das ist einfach perfekt für uns. Das können wir auch perfekt mit unserem neuen Jahresvorsatz vereinbaren, dass wir gesünder essen wollen. Da können wir einfach oft bei HelloFresh bestellen. Ja, da hast du recht. Es ist auch super mit den veganen Rezepte von HelloFresh zu vereinbaren. Da gibt es jede Woche fünf neue vegane Gerichte und man kann sich welche aussuchen und viele für sich nach Hause bestellen. Oha, wie cool. Mega gewinnig. Ich finde es generell so toll, wie ihr euch jetzt auch das vegane Essen einlasst. Nur wegen mir. Das ist so nett. Vielen Dank. Was essen wir denn heute eigentlich? Heute gibt es das vegane Curry. Das hört sich ja mega lecker an und sogar ich kann euch helfen, weil wir hier so eine Step-by-Step-Anleitung mitgeliefert bekommen haben. Und ich kann eigentlich gar nicht kochen. Ich auch nicht. Und Leute, was ich auch noch richtig cool finde an HelloFresh, ist, dass wir jetzt voll viel Zeit miteinander verbringen werden. Dann können wir uns bestimmt besser kennenlernen. Ich fühle mich bald viel wohler. Wenn ihr jetzt neugierig geworden seid und HelloFresh auch mal ausprobieren wollt, dann könnt ihr bis zum 15.01. mit dem Gutscheincode Hobbyhousing100 in Deutschland und Österreich bis zu 100 Euro auf eure ersten vier Boxen von HelloFresh sparen. Außerdem gibt es auf die erste Box noch kostenlosen Versand obendrauf und wenn ihr ab dem 15.01. noch bestellt, dann kriegt ihr weiterhin 90 Euro Rabatt auf eure ersten vier Boxen. Klickt dafür einfach auf den Link in der Infobox oder in den Kommentaren. Dadurch werdet ihr dann automatisch zur HelloFresh-Webseite weitergeleitet, wo ihr euch Gerichte und Rezepte ausruhen könnt, die dann zu euch nach Hause geliefert werden. Ich bin mal gespannt, wie das schmeckt. Das riecht auf jeden Fall super lecker. Ach, die Sonne von HelloFresh schmeckt mir eigentlich immer gut. Oh, das riecht ja schon echt lecker. Wow, das schmeckt so gut. Ja, wir werden jetzt auf jeden Fall häufiger bei HelloFresh bestellen und auch auf jeden Fall beim Veganuary mitmachen. Wow, jetzt bin ich aber echt satt. Das hat mir so lecker geschmeckt. Müssen wir auf jeden Fall nochmal machen. Will noch jemand ein bisschen mit mir Horstflix schauen? Oh ja, ich unbedingt. Ich wollte eigentlich lieber lesen. Okay, kein Problem. Dann schaue ich mit Gia allein. Ja, sehr gute Ideen. Dann los. Schlaf gut, Mayflower. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. Zum Feier des Tages darfst du entscheiden, was wir schauen, Gia. Ich möchte unbedingt Horstland Teil 2 gucken. Horstland, Horstland! Yeah, 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 yeah! Oh, mich heutz Zeit, zu schlafen. Vielen Dank.